Das Trios in Malintas dürfen Sie jetzt genießen mit Bekannten Roman-Lotiven. Am Füchel, einem Volksinstrument aus Weißlussland, spielen Natalia Arnold und Laura Spisolo. Nach Klavier begleiten Sie Michelle David. Das Trios in Malintas Musik 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 Applaus 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 Dankeschön Applaus Applaus Herr Schenke, Ronaldin Hören Sie jetzt von der Gruppe Galila Und sinngemäß bedeutet das Alltag muss so viel lieben Mein Süßer, mein Liebster Musik Gg Ratsch Gg Gg § Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018